Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, gibt bei Lanz ein Beispiel für die völlig absurde Bürokratie in Deutschland. Palmer selbst war ursprünglich übrigens bei den Grünen, ist aber ausgetreten und will jetzt für die Freien Wähler antreten. Der Fall, den er erzählt, ist aber so absurd und wurde von der Bild schon als die Vogelposse bezeichnet. Was ist aber jetzt das Problem? Palmer möchte gerne den Startschuss für einen Erweiterungsbau für ein Klinikum geben. Leider wurde dort aber ein seltener Vogel gesichtet und zwar der hier, der sogenannte Ziegenmelker. Bild von Wikipedia. Der witzige Name kommt übrigens daher, dass man ursprünglich glaubte, dass er nachts heimlich Ziegen die Milch aussaugt. Tatsächlich wird er aber wohl eher von Insekten angelockt, die sich gerne in der Nähe von Ziegen aufhalten. Und was die Sichtung eines Exemplars dieses unscheinbaren Vogels für Folgen hat, das müsst ihr euch wirklich selbst anschauen. ...diesen Klinikkomplex, der braucht dringend eine Erweiterung des zentralen Klinikbaus. Das Land hat das Geld bereits im Haushalt etatisiert. Da geht es um eine Viertelmilliarde nur für dieses Gebäude. Wir würden gerne loslegen. Ich würde auch die Baugenehmigung unterschreiben, aber dann komme ich ins Gefängnis. Warum? Weil dort ein Ornithologe als Patient einen seltenen Vogelzwitschen gehört hat, den Ziegenmelker. Der ist streng geschützt. So sieht er aus. Ich finde ihn auch nicht besonders schön, aber es ist eine subjektive Wertung. Wollen kann es sagen. Ja, aber er ist trotzdem sehr selten und deswegen schützenswert. Ein einziges männliches Exemplar hat es sich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig auf den Dächern des Universitätsklinikums zu singen. Deswegen ist dieses Gebiet jetzt Ziegenmelderhabitat. Dort darf man nichts bauen. Wir können also die Universitätsklinik nicht bauen, weil sich ein Vogel die Eigenart ausgedacht hat, auf den Dächern des Klinikums zu singen. Okay, das klingt schon ziemlich verrückt, dass nur bei einem Vogelkundler, der selbst Patient in dem Krankenhaus war, dort eine bestimmte Vogelart singen gehört hat, man jetzt keinen Erweiterungsbau erstellen kann. Um dann aber vielleicht doch den Erweiterungsbau zu realisieren, hat man sich mit der Naturschutzbehörde in Verbindung gesetzt, die auch einen Vorschlag machte, wie man den Erweiterungsbau vielleicht doch umsetzen könnte. Und der ist sowas von absurd, müsst ihr euch anhören. So, was macht man jetzt? Dann sagt die Naturschutzbehörde, ihr dürft schon bauen, aber ihr müsst erst für den Vogel ein Ausweichquartier schaffen. Klingt nicht so schlimm, aber Ziegenmelder sind eine Offenlandart. Das heißt, die brauchen weitläufige Flächen, die sie durchfliegen können, die stören sich an Bäumen. Also lautet derzeit der Vorschlag, die Fällung könnte diesen Winter beginnen, wenn der Ministerpräsident nicht noch einen Ausweg findet. Zehn Hektar Naherholungswald hinter dem Klinikum fällen, damit der Vogel dort, das, was sie da sehen, alles weg. Also das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Da sagt doch tatsächlich die Naturschutzbehörde, weil sich der Vogel eventuell an den Bäumen stört und nochmal, wir reden hier von einem Exemplar, könnte man doch einfach zehn Hektar des anliegenden Naherholungswaldes roden, um hier ein Ausweichquartier zu schaffen. Das sind übrigens 100.000 Quadratmeter von diesem schönen Wald, den man hier dafür opfern möchte. Ihr denkt, das kann man an Absurdität unmöglich toppen? Doch, es geht nämlich noch weiter. Damit der Vogel dort fliegen kann. Aber weiß der Vogel, dass er dann dahin soll? Das ist eine gute Frage. Vielleicht würde er sich auch über ein weiteres Dach eines Klinikums freuen, habe ich mir auch schon gedacht. Aber das Naturschutzgesetz sagt, Klinikumsdächer sind kein Habitat, sondern offenes Land. Also weg mit dem Wald. Da freue ich mich auf die Diskussion mit der Stadtgesellschaft. Wenn ich tausend erwachsene Bäume abholze, dann soll ich Krieg schon wegen einem Baum, der gefällt wird, Bürgerinitiativen. Soll ich den Leuten erklären, warum das so ist? Kann ich aber nicht. Es ist wirklich, da kriegt man den Vogel. Jetzt haben die letztes Jahr den Vogel nicht mehr gesehen. Da dachte ich, eine Katze hat ihn erwischt. Problem gelöst. Nichts gelöst. Traurig. Ja, sehr traurig. Aber aus meiner Sicht, für ein Klinikum würde ich den Vogel dann einer Katze gönnen. Also sowas kann es wirklich nur in Deutschland geben. Man macht einen riesigen bürokratischen Aufwand. Da muss man sich mit Behörden auseinandersetzen. Man überlegt sich, wohin könnte man den Vogel jetzt vielleicht umsiedeln. Wäre sogar bereit, dafür eine große Waldfläche zu roden. Und dabei hat man den seit Ewigkeiten gar nicht mehr gesehen. Aber ich meine, damit dürfte sich die Sache doch jetzt erledigt haben. Jetzt würde doch niemand mehr auf die Idee kommen, 100.000 Quadratmeter Wald zu roden. Nein, die Naturschützer sagen, wenn da mal ein Ziegenmelker war, und wir wissen, es war ein männliches Exemplar, es hat nicht gebrütet, es hat keine Nachkommen. Es gibt auch weit und breit sonst keinen. Dann ist das Ziegenmelker Erwartungsland. Selbst wenn der Vogel jetzt nicht... Was ist das dann? So sage ich jetzt. Also Ziegenmelker Erwartungsland. Also selbst wenn der Vogel da gar nicht mehr Gesicht hat, er ist seit einem Jahr nicht mehr aufgetaucht, müsst ihr trotzdem so tun, als wäre er noch da und den Wald fällen. Jetzt habe ich dem Ministerpräsidenten einen Brief geschrieben, habe ihn gebeten, das einfach mal zu überprüfen. Und ob nicht irgendein Beamter sagen könnte, wir stellen jetzt einen amtlichen Totenschein für den Vogel aus, damit wir endlich bauen können. Nein, man kann natürlich immer noch nicht bauen. Einmal gesichtet reicht aus. Und am Ende wird sich der Bau wieder ewig verzögern, was sich alle möglichen Behörden einmischen müssen, weil man völlig absurde Forderungen und Regularien erfüllen muss. Und vielleicht muss man sogar 100.000 Quadratmeter Wald roden. Für einen Vogel, der gar nicht mehr da ist. Und diese verrückte Geschichte ist ja wirklich bei weitem kein Einzelfall. Erst vor kurzem berichtete ein CDU-Bürgermeister davon, ebenfalls bei Lanz übrigens, dass man dringend ein neues Schulzentrum bauen muss. Was in Anbetracht der katastrophalen Pisa-Ergebnisse sicherlich keine schlechte Idee ist. Das Problem ist nur, dass ausgerechnet dort, wo man die Schule bauen will, sich 40 Feldhamster angesiedelt hatten. Und nun denkt man, die könnte man ja vielleicht irgendwie umsiedeln. Und das kann ja jetzt nicht so ein großes Problem darstellen. Ja, die kann man umsiedeln. Man muss sie sogar umsiedeln. Aber das würde sage und schreibe 10 Millionen Euro zusätzlich kosten. Macht übrigens stolze 250.000 pro Nagetier. Das Ganze ist übrigens so teuer, da man nicht nur extra Felder für die Hamster ankaufen muss, sondern auch eine feldhamsterfreundliche Bewirtschaftung des neuen Ansiedlungsgebietes für die nächsten 30 Jahre sicherstellen muss. Und das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs des deutschen Regulierungs- und Bürokratiewahnsinns. Kein Wunder, dass man Intel mit einem 10 Milliarden Geschenk anloggen musste, damit sie nach Magdeburg kommen. Wenn ihr das interessant fandet, gerne teilen und bis zum nächsten Mal.